Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von WeParty und auch zum drittletzten. Zum zehnten, um genau zu sein. Das Let's Play wird nämlich zwölf Parts haben und wir sind gerade beim zehnten. Und wir werden heute das freie Spiel spielen, um noch die letzten Spiele freizuschalten, die wir noch nicht gespielt haben. Und das, ja, das ist schon beim Einschlafen. Wir werden mal gucken, ob wir noch beim Eins gegen Drei irgendwas haben, was wir noch nicht gespielt haben. Und ja, wir haben das Verstecken noch nicht gespielt. Nein. Doch, das haben wir gespielt. Aber noch nicht hier. Okay, und das war dann auch das letzte Spiel im Ein-gegen-Drei-Modus. Dann Eins-gegen-Eins. Hier gibt es nur noch auch wieder ein Spiel, was wir schon hatten. Und zwar dieses Murmellabyrinth. Hatten wir auch schon. Wie blöd, wie blöd muss man sein, zweimal denselben Fehler zu machen. Ich gewinne. So, dann haben wir jetzt noch hier Fallobst. Ich hausse diese scheiß Zweier-Mini-Spiele. Hier haben wir auch fast gar nichts davon gespielt, weil wir es nur passen hatten. Aber okay, wir versuchen es. Ich muss ein bisschen so weiter zurückgehen, weil ich sonst nicht vernünftig halten kann. 36. Ja, das war gut. Oder? Ja. Okay, Robo-Montage. Oh, ne. Da müssen wir als Unterteil und das Oberteil eines Oberters zusammenbauen. Müssen aber auch mit Farbe und so zueinander passen. Nee. Rot. Rot. Blauer. Ja. Gelb. 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 Gelb.. Gelb. grandfather larvae aus dem Himmel Champions Hkkelinself das nicht auch möglich aber auch irgendwie unmöglich keine ahnung unmöglich ist es nicht aber es ist möglich gewesen wir haben wir haben so einen kinder sein dann steht den kinder doch erstmal erst mal muss einer erst mal paddeln wir beide jetzt ich jetzt du und 37 sekunden ja ok ok es geht besser es geht besser es geht wirklich besser aber wir machen jetzt scharfsbrücke ich müsste ja auch wissen wie es geht oder genau ein paar schafe sein dreh ich erst mal zu dir was du dir hatte warte warte aber drehe ich noch nicht drehe ich noch nicht drehe ich auch noch nicht jetzt mach ein das sein jetzt wieder drehen erst mal du warte jetzt dreh ich erst mal das andere damit das da unten reinkommt ja du jetzt noch mal und jetzt möchte ich noch mal das andere zu hier und jetzt aber keine 20 na schade aber ist halt so geister groß ja sagten wir also kämpft euch durch die geister will er zum ausgang strahlt die geister mit euren lampen an bis sie sich auflösen einfach luigi mangen Das war's für heute. Das war das Spiel. Ernsthaft? Das war ja lässig. Das war ein Witz, ne? Ich glaube, für lässig. Aber machen wir erstmal weiter mit Drasinen-Duo. Hier sind auch die meisten. Mit Vierspielermodus wahrscheinlich. Bestätigt den Hebel des Wagens so schnell ihr könnt, um euch vor dem Aranoinen-Felsbocken zu retten. Abwechselt oder wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Okay. Ähm. Alter! Mach' wir nochmal. Hey, es funktioniert nicht! Mach' ich's mal so, wie du es jetzt sagst. Du darfst nicht schütteln, wenn ich schüttel! Das ist das Ding! Das ist das Ding! Man darf nicht schütteln, wenn der andere schütteln muss. Wir müssen immer wirklich abwechseln. Wenn der eine macht und der andere aber muss, dann dampfst du das nicht, dann fährt er nicht. Ja, siehst du? Schon wieder. Siehste, ich habe an uns geglaubt. Ich habe da an mir gewusst, dass wir es schaffen. Ich hab' gesagt, ich geh' doch schon, aber ich hab' doch nur eine Minute gedacht. Ja, hat beim nächsten Mal auch direkt geklappt, ne? Bob Sprint! Ja, Mann! 27,6? Das kann sich sehen lassen, oder? So, jetzt gibt's nochmal, glaube ich, Seilspringen. Genau. Und dann halt noch die zwei anderen aus der hinteren Reihe, die noch kein weiteres unten haben. Hä? Einfach schwingen im Takt. Mal gucken, wie, 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 wir schaffen das, wie viele Sprünge. Ist ein 35 Rekord. Nicht schneller! Nicht schneller! Du machst, du machst einfach auf einmal so! Nein! Du machst, 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 du machst oha 56 alter naja neuer rekord das zählt wir machen weiter büchsen schützen eine dosis ich bin noch gemeinsam vollidiot du hast einfach alle im hoch nein habe ich nicht habe nur zwei hochgeschmissen junge noch mal zu knospenkarussell werft ringe über die knospen okay das ist nicht wahr wenn ich mal versuchen alle zu kriegen ich habe das gefühl das geht früher dachte ich das kriege ich nie hin aber gerade wir haben wir haben schon so viel mehr geschafft wir haben hunderte marke da beim wellenlängelager stoppt das schaffen wir hier auf schaffen wir nicht wir schaffen nicht sechs und sechs sekunden junge bist du dumm oder so unrealistisch jetzt schaffe ich sogar die runde fahrt immer in die andere richtung ich hoffe es ist viel einfacher geschafft okay wir haben jetzt zwei teamspiel geschafft und werden und wenden und jetzt noch an den vier spieler modus da haben wir zum beispiel hirnhops noch nicht gemacht das ist die wäre gut spaß ich ist natürlich ist hier meisterlich strand sprint ob wir das jetzt gegen die schaffen werden ist auch wieder eine frage ich habe keinen bock auf ja hier freies spiel und weiter geht es mit der nächsten seite und da gibt es nur noch auch schon mal gespielt ich will nicht mehr ich kann ich halte das alles nicht mehr aus das feld heißt das haben wir hatten haken ja da waren haken nein was nicht nein ja weil wir spiel gestartet haben glücksraketen ah ja weil es gestartet haben jetzt gesehen aber dass das ist eine sekunden für die millisekunden oder sowas dass du das gesehen hast da fragt es ist irgendwie fragwürdig jetzt meiner die weiter unten ist die verkraftet erstes nein nicht immer doch noch nicht immer doch nein es ist einfach glücks spiel da machen glücksspiel ja es ist aber ein glücksspiel toter winkel noch was verdrückst und irgendwelche sachen okay so ja er dir ist gut ja und wir werden uns nicht nicht verkriegen ich wusste es nein ja du bist mit schneller geworden ist auf einmal richtig so und du hast so schnell als aber wir haben sie ich hoffe das hat man nicht gehört aber vermutlich hat man es gehört ich sage ich sage jetzt einfach mal dass war der stuhl OI YOGUE OI YOGUE OI YOGUE I must be as erster freinddürft ihr jetzt gut gewonnen OI YOGUE OI YOGUE OI YOGUE das riecht irgendwie nach OI YOGUE YOGURT OI YOGUE OI YOGUE OI YOGUE Das liegt nicht daran dass ich heute Joghurt gegessen habe OI YOGUE OI YOGUE Ja du bist hier angewandt bei den mini spielen wurde schnapp den schubler freigeschaltet genau und das wird das sein was wir im nächsten mal spielen werden und zwar im jami spielen modus hier schnapp den schubler ich hoffe es habe ich bisher trotzdem gefallen auch wenn es halt nur das freie spiel war wir sehen uns am nächsten mal wieder wenn es euch gefallen hat gibt mir wieder einen daumen nach oben abonniert mich und abonniere jonas drückt die glocke und ja bis dann und ciao